Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Prognose für die zweite Fußball-Bundesliga, denn dort steht der siebte Spieltag auf dem Programm und damit wird natürlich auch Zeit für meine neun Prognosen für folgende neun Partien. Am Freitagabend empfängt Heidenheim von Tuna Düsseldorf sowie Braunschweig den ersten FC Nürnberg. Am Samstag haben wir dann Paderborn gegen Magdeburg, Regensburg gegen Kiel sowie Fürth gegen St. Pauli am Mittag und das Topshow am Abend, Hamburger Sportverein gegen Karlsruher SC. Sonntag dann noch wie gewohnt drei Spiele mit Darmstadt gegen Bielefeld, Rostock gegen Hannover und St. Hausen gegen Kaiserslautern und somit ist das das Programm für heute und jetzt gehen wir rein in meine neun Prognosen. Wie gewohnt aber erstmal der Blick zurück auf den vergangenen Spieltag und es gibt eine gute Nachricht, wir sehen mehr grüne Häkchen als rote Kreuze und ich glaube, das ist schon mal der erste gute Erfolg. Denn ich habe ja gesagt, dass Fortuna Düsseldorf mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnt, das ist eingetreten, am Ende gab es sogar einen deutlichen 4 zu 0 Erfolg. Bei Bielefeld gegen Braunschweig war mein Tipp, dass Bielefeld in Führung gehen wird, das war ja auch der Fall, stand er sogar schon zur Pause 3 zu 0. Darmstadt gegen Heidenheim, habe ich ja gesagt, dass der SVD mindestens zwei Tore schießt und auch das war der Fall, es waren genau zwei Tore beim 2 zu 2 unentschieden. St. Pauli gegen Paderborn habe ich ein torreiches Spiel erwartet, das gab es auch durchaus, ich hatte ja getipptes Fall mindestens vier Tore und am Ende sind ja beim 2 zu 2 exakt vier Tore gefallen. Falsch lag ich allerdings bei Karlsruhe gegen Rostock in der 1-Treffen, Beide hatte ich ja dort gesagt, am Ende hat natürlich Rostock gar kein Tor gemacht, Karlsruhe in der ersten Hälfte schon getroffen und sogar doppelt, aber Rostock blieb im Tor los, damit war das auf jeden Fall schon mal falsch. Nürnberg gegen Hamburg, es fallen höchstens zwei Tore, auch das war richtig, weil es sind genau zwei Tore gefallen, Hamburg konnte ja 2 zu 0 gewinnen und dann haben wir noch Kiel gegen Sandhausen, wo ich ja gesagt habe, dass in der ersten Halbzeit mehr Tore fallen werden. Ja, Problem ist, Steven Skripski hat leider erst in der 2-Hälfte für Kiel getroffen, mehr ist ja dort nicht passiert, somit war auch das falsch, genauso wie Lautern gegen Magdeburg, FCK gewinnt und trifft mindestens zweimal. Sie haben mindestens zweimal getroffen, nämlich viermal, aber eben nicht gewonnen, deswegen war das leider falsch. Richtig war aber noch Hannover gegen Fürth, kein Tor bis 30. Minute, am Ende gab es dann 2 zu 1, aber alle drei Tore sind nach der 30. Minute gefallen und sogar ja in der zweiten Hälfte. Und somit kann man damit auf jeden Fall zufrieden sein, sechs von neun Prognosen sind richtig. Und damit gehen wir mit breiter Brust in den siebten Spieltag hinein, um eine ähnliche gute Quote zu erzielen. Legen wir los mit Heidenheim gegen Düsseldorf, das ist für mich Top-Spiel an diesem Spieltag, zumindest rein tabellarisch gesehen, denn beide stehen ja richtig gut da und bei beiden soll es natürlich auch erfolgreich weitergehen. Ich bin sehr gespannt, ob es auch erfolgreich weitergehen wird. Beide haben ja letzte Woche ein gutes Spiel gemacht, Düsseldorf, wie gesagt, ja auch sogar zu Null gewonnen und ich glaube, dass sie genau dieses Selbstvertrauen mitnehmen werden in die kommende Woche und das auch gut nutzen können. Deswegen sage ich hier, dass Heidenheim kein Tor schießen wird und Düsseldorf somit erneut die Null hält. Bei Braunschweig gegen Nürnberg haben wir zwei Teams, die nicht allzu gut gestartet sind, vor allen Dingen von Nürnberg hat man sicherlich ein bisschen mehr erwartet. Klar, Braunschweig mit einem Punkt nach sechs Spielen ist auch natürlich deutlich, deutlich zu wenig. Ich glaube hier, dass Nürnberg ganz genau weiß, dass es ein wichtiges Spiel ist. Sie werden mit einer relativ guten Anlage beginnen, zumindest werden sie früh Druck machen, sie werden früh in Führung gehen wollen und das werden sie auch schaffen. Denn Nürnberg wird das 1-0 machen, sie werden in Führung gehen, was dann sicherlich auch ein gewisses Vertrauen in die Fähigkeiten bringen wird. Paderborn gegen Magdeburg, ein durchaus interessantes Duell. Favorit ist sicherlich ganz klar der SCP, aktuell Erster, Magdeburg ist aktuell Sechzehnter und ich glaube, dass sie ihrer Favoritenrolle auch gerecht werden können. Was ich aber noch eher glaube, ist, dass sie im besten Falle das Spiel gewinnen. Vielleicht werden sie auch nur unentschieden spielen, je nachdem, wie gut Magdeburg das Ding in Lautern mitnehmen kann, um eben dort mit Selbstvertrauen anzutreten. Aber wo ich mir sicher bin, ist, dass Paderborn unabhängig der Konkurrenz Tabellenführer bleiben wird. Regensburg gegen Kiel ist dann das nächste Duell und hier habe ich mal wieder einen Tipp mitgebracht für die Spieldaten. Denn ich sage, dass Kiel mehr Ballbesitz haben wird und das ist durchaus ein spannender Tipp, weil beide Teams, das sind jetzt keine Mannschaften, die immer mal wieder 70, 75 Prozent Ballbesitz haben, sondern sich schon immer relativ dem Gegner anpassen. Somit bin ich sehr gespannt, wie viel Prozent Ballbesitz Kiel am Ende haben wird, aber ich glaube, sie werden ein bisschen mehr auf jeden Fall haben als der Jan aus Regensburg. Bei Fürth gegen St. Pauli haben wir auch zwei Teams mit dabei, die nicht so gut geschadet sind. Bei St. Pauli geht es noch. Sind entweder im Mittelfeld, Potenzial nach oben ist auf jeden Fall da. Fürth, ja gut, ist halt schon schlecht geschadet mit drei Punkten aus sechs Spielen. Was anderes kann man da nicht sagen. Hier glaube ich deswegen nicht, dass es wirklich torreich wird. Es wird ein enges, zähes Spiel. Man weiß genau, jeder kleine Fehler könnte bestraft werden und man will eben nicht dieses Spiel verlieren und somit, glaube ich, fallen hier höchstens drei Tore. Hamburger SV gegen Karlsruher SC. Spannendes Spiel, beide sind gut drauf. Hamburg letzte Woche gegen Nürnberg 2-0 gewinnen können. Karlsruher gegen Rostock 2-0 gewinnen können. Das ist ein wirkliches Topspiel. Und das werden wir auch sehen und ich bin mir sogar sicher, dass wir viele Tore sehen werden und sage, dass der Karlsruher SC mindestens zwei Tore im Volkspark schießen wird und Hamburg damit schon mindestens drei braucht für einen Sieg. Darmstadt gegen Bielefeld haben wir dann auch am Sonntagmittag und der SVD ist ja richtig gut in die Saison gestartet, steht aktuell oben mit dabei auf Rang 2 und ist einfach wieder mal richtig gut drauf. Letzte Woche gab es ja für die Darmstädter das 2-2 gegen Heidenheim. Bielefeld entgegen konnte den ersten Sieg feiern. Damit unter Daniel Schenning hat es noch einen Coach ein Remis geholt, einen Sieg geholt und natürlich will man jetzt diese kleine ansteigende Formkurve mitnehmen gegen Darmstadt 98. Das wird allerdings sicherlich deutlich schwerer, als sich es viele vorstellen und deswegen glaube ich aber trotzdem, dass Bielefeld gut ins Spiel reinkommen wird, weil man eben den Schwung mitnimmt. Ab dann wird es aber auch sehr schwer, aber trotzdem wird Bielefeld hier auf jeden Fall in Führung gehen. Hansa Rostock gegen Hannover 96. Zwei Teams, die aktuell so ein bisschen in der Tabellenmittelfeld mit dabei sind, aber natürlich auch das Potenzial für mehr oder weniger haben. Sehr schwer einschätzen, finde ich. Rostock könnte noch ein bisschen abrutschen, sind sehr gut reingekommen. Hannover kann nur noch ein bisschen klettern, haben nämlich die letzten Spiele wieder deutlich mehr überzeugen können. Wenn Rostock hier was mitnehmen will, dann wird es sicherlich wie gewohnt zu Hause sehr, sehr schwer und ich glaube, dann würde ihnen auch ein frühes Tor durchaus helfen, weil ich glaube, dass Rostock in der zweiten Halbzeit kein Tor schießen wird. Und dann haben wir noch, zu guter Letzt Sandhausen gegen Kaiserslautern. Der FCK hat letzte Woche ja dieses wilde 4 zu 4 gehabt gegen Magdeburg, steht aber natürlich richtig gut da. Sandhausen ist auch gut mit dabei. 6 Punkte nach 6 Spielen ist eine gute Ausbeute. Damit kannst du auf jeden Fall arbeiten. Und natürlich soll es auch so weitergehen. Ich glaube, hier ein relativ ausgeglichenes Spiel und sage, dass in der zweiten Halbzeit beide Teams treffen werden. Und somit sind das meine neuen Prognosen für den kommenden Spieltag. Letzte Woche also 6 von 9 richtig gab. Ich bin gespannt, ob ich die Quote halten kann. Ich freue mich aber auch auf den Spieltag, weil jetzt echt gute Spiele mit dabei sind. Jetzt könnt ihr natürlich auch mal gerne eure Tipps, eure Prognosen in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und bleibt am Ball! Mal herramient ist zeitgeist, aber gerne eure Prognosen in der B certification von Kochrunden. Und lasst abseh das ganze Menge Geld. Und lasst abseh das ganze Video wieder her. receptionist Und hier kann der T contesten herausstellen, so apps ist bei euch dabei ganz schwerения. TGL Und ichf all das Nummer zu bringen. Ich hoffe, dass das bleed Father ist, ませ